Es ist Jahre her, das Jahrhundert war jung und im Umbruch. Etwas Neues lag in der Luft. Dann sah ich ihn das erste Mal. Ich wusste sofort, dass er der eine war. Aber alles änderte sich und unser Leben lag in Trümmern. Eine Bayerin in Tirol, sowas Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Als ich das erste Mal mit den Seinen am Tisch saß, wurde mir klar, wie sehr ich mich von ihnen unterschied. Das ist die Katharina, mein Weibitz. Geh da, wenn du bleiben willst, nach Arbeit. Wenn du leben willst, dann kriegst du das, was wir auch holen. Tirol ist arm, Tirol ist Grisengebiet, Tirol ist gefährlich. Eure Schwierigkeiten! Zeit! Der Hofer hat zum Aufstand gerufen. Die ist gleich rum in die Bayern und Tränz-Ausik-Egel-Klär. Wo warst du mein Gewehr? Es ist so anders geworden, so wütend! Wo mein Gewehr ist! Wie könnt ihr eure Sonne ins Verderben schicken? Es wirst du nie verstehen. Noch nie war es schwieriger, noch nie war ich der Freiheit so nah. Und ich lief und lief, während das Blut mir in die Adern schoss.